ihr Besitzer. Zu Unrecht, wie sich heute zeigt. Die beiden Ersten überleben und vermehren sich. Auf heute knapp 2000 Tiere. Mit Städten kennen sie sich aus. In Indien ist das die Heimat der Halsbandzittiche. Die Soldaten Alexander des Großen brachten sie vor 2300 Jahren nach Griechenland. Als Kriegsbeute aus dem Indienfeldzug. Das Gefieder des Männchens ist unterhalb des Kopfes dunkel gefärbt, zum typischen Halsband. Die Weibchen sind, wie oft, schlichter. Unten der Lärm einer Hauptstraße, oben liegen, jetzt im Frühjahr, in den Bruthöhlen bereits die Eier. Bei den Sittichen herrscht Arbeitsteilung. Das Weibchen brütet und das Männchen bringt das Futter. In den zahlreichen Grünanlagen und Obstgärten der Stadt finden die Vögel Früchte, Pflanzen und Insekten. Zunächst der Ursprung ihres Erfolges in der neuen Heimat, die großen Platanen, voller Astlöcher und Höhlen. Doch irgendwann wird ihnen der Baum zu eng. Die Halsbandzittiche bauen Nistlöcher in die Wärmedämmung von Hausfassaden. Sehr zum Ärger der Bewohner. Bis ein Forscher einschreitet. Michael Braun richtet Nistkästen für die Exoten ein. So kann er die Jungvögel regelmäßig untersuchen. Der Biologe will verstehen, warum die Vögel in den Städten so gut überleben. Nur so kann er auch voraussagen, wann sie zum Problem werden. Die Halsbandzittiche in Europa sind kaum erforscht. Der junge Wissenschaftler erfasst die gesamte Population in Heidelberg. Jahr für Jahr ist er der erste Mensch, den die Jungvögel aus den Nistkästen zu Gesicht bekommen. Von ihm werden sie vermessen, beringt und genau untersucht. Jetzt sind die Kleinen gerade vier Wochen alt, haben erste Ansätze von Gefieder. Jetzt sieht man hier so ein Fenster, wo gar keine Federn sind, wo der Ellbogen ist. Nach sechs Jahren Forschung hat er bis heute fast 180 Jungvögel untersucht. Für den Menschen sind die Vögel bislang keine Gefahr. Auch nicht für andere Höhlenbrüter. Die Sittiche beginnen viel früher mit dem Nachwuchs als unsere Vögel. Sind die Jungen der Halsbandzittiche flügge, übernehmen die einheimischen Arten einfach ihre Bruthölen. Schon wenige Wochen später wagen sich die ersten Jungvögel aus dem Nest, immer begleitet von den Eltern. Dieser acht Wochen alte Sittich wartet lieber noch auf seinen großen Moment. Laute Rufe verlangen nach Futter von seinen Eltern. Dabei ist er alt genug, das Nest zu verlassen. Nur noch ein oder zwei Tage und auch er wird die Stadt erobern. Einer der unruhigsten Orte der Stadt. Trotzdem, jeden Abend treffen sich hier alle Sittiche aus der Umgebung zum Schlafen. Bis zu 600 Vögel, Nacht für Nacht. Die Gruppe gibt ihnen Sicherheit. Katzen oder andere Raubtiere haben so kein leichtes Spiel. Der Baum liegt zentral und ist gut einsehbar. Lärm und Licht nehmen die Vögel dafür gerne in Kauf. Die Stadtspezialisten sind nicht zu bremsen, breiten sich in ganz Europa aus. Sie bevölkern Metropolen in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Ihre Nähe zum Menschen macht sie einzigartig, selbst unter den Exoten. Die Elbe, einer der größten Flüsse Deutschlands. Jetzt im Mai ist die Wollhandkrabbe bereits weiter im Süden, in Geesthacht. 40 Kilometer hat sie vom Hamburger Hafen bis hierher zurückgelegt. Sie nutzt den Flussboden als Laufstrecke. Noch vor 20 Jahren gab es hier kaum Wollhandkrabben. Jetzt ist das Sandbett der Elbe übersät mit ihnen. Unsichtbar, bis ein Hindernis ihnen in den Weg kommt. Vielbeinige Akrobaten, leise und schnell. Gegen die starke Strömung des Elbwassers kämpfen jetzt, im Frühjahr, Millionen von Jungtieren der chinesischen Wollhandkrabbe. Von ihren Kinderstuben in der Nordsee treibt ihr Instinkt sie stromaufwärts. In nur wenigen Wochen werden sie die Havel oder Spree erreichen, um dort im Süßwasser heranzuwachsen, bis sie geschlechtsreif sind. In fünf oder sechs Jahren wandern sie zurück an die Küste, paaren sich dort und legen ihre Eier ab. Pro Weibchen bis zu einer Million. Ihr Erfolgsgeheimnis, sie sind Allesfresser. Was auch immer vor ihre Scheren kommt, Algen, Weichtiere landen im Magen der Krabben. Selbst aus den Netzen der Fischer bedienen sie sich. Falls sie das größte Hindernis auf ihrer Reise überwinden, das Elbewehr in Geesthacht. Die Fischtreppe neben dem Hauptstrom ist flacher gebaut, extra für die Wanderung von Flussfischen. Davon profitieren jetzt die Krabben. Ein Teil der Tiere wird zwar hier verenden, doch noch immer genügend finden ihren Weg zurück in den Hauptfluss. Hier in der Elbe passt den Einwanderern einfach alles. Kaum einer hat ihnen etwas entgegenzusetzen. Sind sie das Ende der Vielfalt am Flussboden? Die Herkulesstaude. Auch sie dringt immer weiter vor. Versteckt in Thüringen überwuchert sie eine Waldlichtung. In aller Ruhe. Denn so leicht findet kein Bekämpfer sie hier. Die grünen Triebe am Boden sind bereits einen halben Meter hoch. Werden sie jetzt nicht zerstört, ist die Staude bald nicht mehr zu stoppen. Menschen können dann hier nicht mehr durchlaufen. Der Pflanzensaft in der Luft oder auf der Haut löst Allergien aus. Schon so früh im Jahr überragt die Staude alle anderen Gewächse. Ihr Wachstum beginnt dann, wenn heimische Pflanzen noch keimen. Ein Vorteil im Wettstreit um Licht und Nährstoffe. Ganze sechs Wochen dauert es. Dann hat die unentdeckte Herkulesstaude es endlich geschafft. Von wenigen Zentimetern auf dreieinhalb Meter. Das kann keine andere Pflanze. Wer unter ihr wächst, ist chancenlos. Jetzt im Juli wird deutlich, warum der Mensch sie früher selbst anpflanzte. Die gewaltigen Dolden sind unwiderstehlich für Insekten aller Art. Bienenweide nannten sie die Imker des 19. Jahrhunderts. Die Bienen und Hummeln profitieren vom Überlebenswillen der Staude und helfen ihr beim Verteilen der Samen. Im nächsten Jahr wird sie es hier noch leichter haben. Moderne Verkehrsmittel verkürzen früher weite Wege und eröffnen eine neue Dimension der Verbreitung fremder Tiere und Pflanzen. Sie fahren an Reifen und auf Dächern mit oder per Flugzeug. Luftfracht gelangt in kürzester Zeit von einem Ende der Welt an das andere und mit ihr eine ganz neue Bedrohung. Schädlinge aus der Ferne, Tiere, denen die Natur hier nichts entgegenzusetzen hat. Leipzig, eines der größten Frachtdrehkreuze in Europa. Hier läuft das Kerngeschäft nachts. Alle fünf Minuten ein Flugzeug zwischen 23 und 3 Uhr. Der schnellste Transportweg der Gegenwart. Davon profitiert nicht nur der Mensch. In den Paketen fliegen winzige Insekten durch die Welt. Zufällig gelangen sie in das Holz der Verpackung oder sitzen in Früchten und Pflanzen. Diese Maschine kommt aus Neu-Delhi. Noch vor zehn Stunden standen ihre Pakete auf dem Flughafen in Indien. Schnell genug für die kleinen Einwanderer, um den Flug zu überleben. Nur 20 Minuten bleiben, um das Flugzeug zu entladen. Schon in zwei Stunden soll die Ware in Paris sein. Die Pakete aus Indien werden von Hand aus den Containern auf ein Förderband geschichtet. Alles andere übernimmt die Technik. In nur sieben Minuten durchlaufen die Frachtstücke die gesamte Abfertigung. Ein Scan verrät der Förderanlage, dass diese Pakete Früchte enthalten. Ein Warnsignal. Das Paket wird gesondert kontrolliert. Die phytosanitäre Kontrollstelle untersteht dem Land Sachsen. Enthält ein Paket pflanzliche Fracht, kommt es bei ihnen auf den Tisch. Wie diese Mangos aus Pakistan. Per Expressversand gelangen sie später als Geschenk verpackt an Spezialkunden oder in Feinkostläden. Versteckt in Früchten oder im Verpackungsmaterial gelangen winzige Schädlinge zu uns. Bei aller Technisierung erfolgt deshalb dieser Arbeitsschritt in mühsamer Handarbeit. Frank Meinhold entdeckt eine Einstichstelle an einer Mango. Seine Kollegin untersucht die Frucht genauer. Übersehen die Biologen nur ein Insekt, könnte das für die Landwirtschaft bei uns verheerende Folgen haben. Schädlinge wie der asiatische Laubholzbockkäfer kommen im Verpackungsholz und verbreiten sich oft rasend schnell. Bis sie wirksam bekämpft sind, geht der Schaden zum Beispiel in der Forstwirtschaft in die Millionenhöhe. Diese Mango darf in keinem Fall weiterreisen. Proben vom Fruchtfleisch und der winzige Organismus gehen jetzt ins Labor. Erst dann stellt sich heraus, wie gefährlich das Insekt wirklich war. Alle anderen Früchte sind einwandfrei. Ein Stempel und schon in wenigen Stunden sind sie beim Endkunden. Tief im Moorgebiet des Müritz-Nationalparks. Ein altbekannter Einwanderer geht hier neue Wege. Der Waschbär. Einer der Neubürger mit dem schlechtesten Ruf. Bisher kannte man ihn in Deutschland nur aus Städten oder den Mittelgebirgen. Nun entdecken Forscher ihn hier, in einem der ältesten deutschen Moore. Die Waschbären hier in Mecklenburg-Vorpommern stammen aus einer Pelzfarm, aufgelöst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Tiere blieben. In freier Natur gibt es heute nirgendwo sonst in Europa so viele der Kleinbären pro Hektar. Fast 1000 im gesamten Müritz-Nationalpark. Förster und Jäger denken, er gefährdet die Vielfalt im Wald, verdrängt andere Raubtiere und frisst die Eier seltener Vogelarten. Gerade hier an der Müritz wäre das eine Katastrophe. Die abgeschiedene Landschaft ist ein wichtiges Kranich-Brutgebiet. Diese Landschaft passt den Waschbären perfekt. Große und alte Bäume für die Bruthöhlen und schwer zugängliche Verstecke mitten im Moor. Seit vielen hundert Jahren wurde hier kein Baum mehr gefällt. Das Wichtigste, ein schier endloses Reservoir an Feuchträumen. Kleine Wasserläufe, Seen und Bäche brauchen die Waschbären dringend für ihre Nahrungssuche. Geschickt ertasten sie mit den Vorderpfoten im Schlamm Würmer, Wurzeln oder Insekten. Das scheinbare Waschen der Nahrung verhilft ihnen irrtümlicherweise zu ihrem Namen. Ob die Waschbären der Vielfalt im Wald wirklich schaden, war bislang kaum erforscht. Ein Team junger Wissenschaftler möchte das ändern. Dafür ist die erste Voraussetzung, dass sie den Alltag der Waschbären kennen. Frank-Uwe Michler und Berit Köhnemann begeben sich mit Peilantennen auf die Suche. Die Biologen leiten ein Projekt der Gesellschaft für Wildtierforschung. Hier im Gebiet haben sie in den letzten zwei Jahren fast 100 Tiere gefangen und mit Sendern versehen. Jagdrouten, Schlafplätze und Wurfhöhlen werden so sichtbar. Wie weit entfernen sich die jungen Waschbären hier von ihren Geburtsorten? Welche Rüden setzen sich an der Müritz in der Fortpflanzung durch? Fressen die Tiere wirklich die Brut seltener Vogelarten? Ihre Ergebnisse könnten das Bild vom Waschbären grundlegend verändern.